Hallo hin und das sind wir wieder bei Minecraft. Ja weiter gehts. So ich hab den Zug mal ein wenig laufen lassen. Hier sehen wir da gehts entlang. Und hier haben wir eine kleine Wendung drin und zwar in die Richtung. Aus dem Grund, weil wir hier Wasser haben. Und ich wollte hier nicht drauf fahren sondern habe gedacht wir fahren gleich hier direkt über das Wasser. Unser Haus liegt ja da hinten. Deswegen fahren wir hier entlang. Übers Wasser natürlich ist halt etwas besser. Weil unter dem Wasser da wären wir schon auf Ebene 30 oder so. Und das wären wir schon. Äh was ist hier? Hallo? Was war hier los? Warum liegt da alles irgendwo? Im Nirgendwo? Was ist denn los? Warum ist da alles kaputt? Jetzt fehlen wir eine ganze Junkloader fehlt. Was ist da passiert? Creeper oder was? Ja aber ist ja ein Creeper eigentlich egal. Es sind noch ein paar Wails. Meine ganzen Karten, wo sind meine Karten? Mami. Alter da unter Wasser sieht man gar nichts. Mein Junkloader oder meine Karten? Meine Rohstoffe. Mami. Äh ja. So. Wo sind wir denn hier Ticker? So hier auch nicht. Ey wer hat meine Karten geklaut? Das finde ich jetzt nicht schön. Wo ist der Schuldige? Ja, Schnauze hier. Ah, ich denke ich werde lieber aufdauern. Ich denke mal das Wasser hat mehr Macht. Hm. Ist natürlich saublöd. Wir werden hier nichts mehr finden. Haben wir Pech gehabt, schätze ich mal. Und wir finden hier nichts. Also wieder rauf. Äh. Ich hasse das. Ja hier habe ich schon eine Cavalstone Strecke gebaut. Weil der Gravel würde dann ganz nach unten fliegen. Und das ist nicht schön. So. Okay. Hm. Dann stellen wir das mal auf. So. Dann bekommst du wieder deine Schienen hier rein. Den Bohr bekommst du rein. Und. Gravel. Und ein wenig Kohle brauchst du noch. Was? AK Requesting Tool. Okay. Keine Ahnung. So. Äh. Kohle. Nicht Charcode bekommst du. Gleich mal drei Stack. Äh. Falscher Rucksack. Den Rucksack. So. Bekommst du gleich dreimal und mach deine Arbeit. Gut. Jetzt wird er natürlich nicht viel machen weil er kein Junklo hat. Was natürlich mehr ist wie doof findet er jetzt. Das finde ich ja schon Frechheit. Hm. 200 Meter da flitzen wir so nach Hause. Geht schneller aber wenn wir hier einfach querfeldein sind. Jetzt wieder ganz zurück. So. Und hier rauf. Also weit haben wir ja nicht mehr bis nach Hause noch. Hier sind wir schon zu Hause also nicht weit mehr mit den Bohrern aber. So. Gut. Aber was wir für ein Problem haben ist eben die Junklo. Oder warum die weg sind. Oder halt besser gesagt unser Word Anker. Das war natürlich so wieder nicht geplant. Oh. Eine Enderpurle. Zweimal haben wir Enderpurlen. Äh. Die brauchen wir nicht mehr. Enderpurle ne. Aber jetzt ist mal Zeit dass wir. Ah hier haben wir. Die Enderdrachen besiegen gehen ne. Die bekommen wir ja jede Menge Enderpurle weil das nicht ja jede Menge Enderdrahen. Ne Enderdrahen ne. Äh. Was wollte ich sagen. Jede Menge Endermans. So jetzt haben wir es. So dann wollen wir obsidieren. So oben unten. Dann haben wir Gold. Gold war jetzt wo? Da ist er. An den Ecken. Und zweimal Diamanten. Diamanten. Haben auch nicht mehr so viele aber jede Menge Diamant-Coms. Ähm. Wir haben ja noch Enderpurlen oder? Machen wir noch dreimal Word NK. Die werden wir sicher öfters brauchen. So. Tun wir sie gleich mal hier ins System. Dann haben wir die schon auf Lager. So. Dann brauchen wir noch Iron. Und. Sagen wir mal. Zweimal Card. Mehr brauchen wir nicht mehr. So. Dann brauchen wir eine Chest. Gleiches Spiel. Was wir eigentlich gleich letztes Mal gemacht haben. Das müssen wir jetzt nochmal machen. So. Du. Du weg da. Du da drauf. Und den da da. Du weg hier. Rucksack mit Werkzeug. Den da rausgeholt. Geht. Es wird Nacht. Also gehen wir nochmal schnell schlafen. Na komm schon. Schlafen wir schneller. Das muss schneller gehen. Und jetzt. Wo war denn das? Irgendwo da hinten. Meist finden wir hier wieder hin. Das wird mir glättetressieren. Da Richtung Öl war das irgendwo. Okay. Das geht nicht. Der Boost Key geht nicht. Ah. Hier habe ich ja die Strecke gebaut. Also. Können wir ja nicht weit weg sein. Da vorne sind wir schon. Hm. Komm. Laufen. 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 Hopp. 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 Mach mal schneller hier. Können wir hier schon laufen. Ja. So. Hier drüber. Sum. Und drüber sind wir. Dann. Einmal den da. So. Geht sich das noch aus? Ne. Noch zu weit weg. Na bleibt auch hier. So. Aber jetzt. Ja. Und dann nochmal dichter. So. Aber jetzt. Gut. Sind die da dran. Und du hast jetzt hoffentlich noch genügend drin. Schienen hast du jede Menge. Kohle hast du auch. Gravel willst du auch noch genügend haben. Und dann fahren wir hier entlang. Und da müssen wir dann schauen wo wir hier hinfahren. Weil nach home ist ja nicht mehr so weit. Ob wir hier wieder ein bisschen nach unten fahren oder nicht. Eine gute Frage ne. Auf alle Fälle müssen wir mal zurück. mal gucken. Wie machen wir das jetzt. Wie machen wir das jetzt. Mal aufpassen ne. Das wir hier vielleicht. Ne ist ja egal. mal aufpassen. Wie wir hinterher sind oder. Hmm. Ich hoffe das die Musik nicht zu laut ist. Bei mir ist sie ziemlich laut im Headset. Ich freue mich nicht dass sie bei euch zu laut ist. Na mal gucken. So. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Und schauen mir das an. Wie laut sie wirklich ist. Anspirke. So. Also ich finde das sie nicht so laut ist. Er ist halt etwas lauter. Aber. Man hört mich noch gut. Also sollte das Problem nicht sein. Äh. Ja. Jetzt können wir wieder hier hin laufen. Und mal gucken was der jetzt sagt. Wie weit der schon ist eigentlich. machen wir die folge gerade gar nix mehr aufgefallen außer hier blöd durch die gegend laufen aber muss ja auch ab und zu mal sein wo das auch schon weit so lange habe ich jetzt gar nicht mal geguckt sind ja gleich das schaf hier niederrahmen dann ist die frage wie weit hier noch einfahren oder ob wir wieder tiefer fahrt ja die wolle bombe sowieso dann schauen wir mal so jetzt bildet sich natürlich der reiner seit sand aber das hat uns nicht stört wir gehen mal nach hause oder flitzen hause am besten das problem ist dass wir hier auch schauen müssen wo wir hier mit dem zug hinkommen am besten wäre natürlich ja wo wir am besten die frage wissen wir fast hier noch hier unten wartet mal hier müssen wir hinko hinkommen da irgendwo genau das heißt irgendwo hier schauen wir mal wo wir schon sind mit dem zug so okay das heißt hier ungefähr hier mal runter buddeln schauen wir mal hat er die blöde helme da und wir hier den uns dann zu finden oder nicht äh wir sind viel zu hoch okay da müssen wir eindeutig tiefer so aber hier müsste er schon gereichen oder es hat eine chance als die naja hier ist er seht ihr das war reines glück ne das wir können glück haben nur verlierer tut dir das weh? au ja tut dir das weh schlimmer du schlimmer dafür haue ich dir als stein in den weg hm irgendwie ignoriert der unser stein der mag uns nicht so franz fernand wie schaust du aus? gravel hast du ziemlich wenig noch na okay er muss hier den ganzen boden auslegen wahrscheinlich soll uns auch nicht stören hm hier können wir dann eine schöne Einfahrt machen so einen Tunnel nach draußen was können wir dann machen so ja ich würde mal sagen du hast deine Arbeit getan mehr wollte ich von dir vorerst nicht so ähm schieneser jetzt buddeln wir mal von der anderen Seite hier hin und schauen mal wann wir ja aufeinander treffen äh ja wo haben wir gesagt ne da irgendwo hm 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 wer war jetzt so schlau und hat sich die Höhe gemerkt hm 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 chip planer ok haben wir gedacht macht wieder mal keiner die Höhe sich merken macht wieder mal keiner die Höhe sich merken mal ja nicht so schlecht für man wüsste wie hoch ne 63 weil es wär ja schön wenn man ebenerdig rein fahren würde Und nicht, keine Ahnung 30 Blöcke weiter unten So, dann sagen wir einfach mal Hier irgendwo runter So, jetzt habe ich wieder vergessen Was habe ich gesagt? 63, glaube ich Nee, 62 Egal, werden wir das schon merken Ob ich richtig war Seht ihr, wenn der Zug da war So, da entlang Ey, Ruhe, weg da, du blöder Kies Aber Kies ist eh nicht schlecht, den brauchen wir eh Eigentlich können wir hier selbst, da brauchen wir jetzt kein Zug mehr aufstellen Aber was wir aufstellen müssen, sind Fackeln So, weg da mit dir Zack Buddeln wir uns selbst ein Loch Oder halt ein So, was ist denn hier los? So Na, komm Bist du So, dann wieder ein Lichtchen Jetzt wäre der Licht Die Alten sind wir halt alle noch einsammeln So Es geht halt mit dem Welt ziemlich einfach Und ziemlich schnell Also brauchen wir eigentlich gar keinen Zug Wir sind viel schneller als der Zug Nur die ganzen Items Viel Spaß bei uns sammeln Also wer Rohstoffemangel hat Hier bei mir ein Tunnel gibt es jede Menge Einfach mal vorbeischauen Und dann geht's rund Du noch Und weiter geht's Na, bald haben wir es geschafft Und dann sind wir zu Hause angekommen mit unserer Schiene Haben wir eine halbe Weltreise unter uns Aber egal Ab und zu reisen die Leute ja gern Schätze mal hier irgendwo, oder? Ah, schaut gut aus, ne? Aber irgendein Vollkoffer hat's einfach wieder zu tief gemacht Ich war's natürlich nicht, ne? Nein, ich nicht Aber egal Dann fahren wir halt hier runter Und dann wieder rauf Und wieder runter Und rauf Machen wir die Achterbahn raus So Am aller Fälle brauchen wir hier mal Licht Damit wir was sehen Die auch ausleuchten Damit hier nichts bohnt Und uns tötet Beziehungsweise Wenn wir unsere schöne Schiene zerlegt Dann den da da Und mal gucken, was wir nicht mehr brauchen Die Kohle Den Bohrer brauche ich jetzt auch nicht mehr Das hat sich ja erledigt Schienen muss ich noch ein paar behalten So Dann du noch Wechsel Und dann Schienen Und hier entlang Ja Ja, aber der Was hier Items noch rumliegen, ne? So, hier noch eine Fackel Hoffentlich bleiben mir keine Items übrig Die was irgendwie im Weg stehen Weil Weil wir später dann eine Dampflok haben Die bleibt, ich glaube, stehen Sobald Items im Weg sind Ja, klar Wo kommst du jetzt her? Geh raus hier Ich hab dir nichts getan Wehe, dahinten kommt noch einer Aber dann Es ist halt wieder Nacht Es ist halt wieder Nacht Wenn man die ganze Nacht durcharbeitet Da muss man dann mitrechnen Äh, schon wieder voll oder was? Ja So, du, du Der Kackser Dann sind wir hier angekommen Äh, mit des hier Na super, super, super Hat dir da keiner mitgedacht So, hier ist Mauer Welche Mauer ist denn das? Das ist wahrscheinlich der Abgang, ne? Das heißt, wir müssen trotzdem noch ein bisschen tiefer wahrscheinlich Wir müssen hier unter die Mauer durch Hm, hier entlang, hier hoch Äh, ja So circa hab ich mir das vorgestellt Nur ein bisschen weiter drüben Mach mal hier mal weg Und ich wollte das ganze circa Hier mal runterpullen Äh, so Hier haben Hier wollte ich den Tunnel hinhaben Genau Eines Platz hier Damit wir hier sozusagen Glas machen können Da haben wir dann ein paar Ecken drin Aber egal Soll uns ja nicht stören, ne? So, und jetzt hier nach oben Äh, wie machen wir das am besten? Zwei Du hier mal weg Dann schauen wir mal die ganze Baustelle hier an Äh, ja So Ich hoffe, dass Der dann schön Bergauf, bergab fahren kann Bin ich mal gespannt, ob er das kann Äh, das heißt wir kommen hier an Und fahren hier mal nach oben eins So Eins nach oben, eins nach oben Weg da mit dir Das müssen wir dann alles noch schön machen So Äh, wir fahren hier noch eins nach oben, ja Das heißt, du hier hin Dann Hier eins nach oben Wirst du mich verarschen, oder was? Weg da mit dir Ich hoffe, der kann wirklich so steil nach oben fahren Frage So So So, und dann fahren wir hier raus Hm, hier seht ihr eine Menge Gravel Braucht die scheiß Gravel Früher hat man gebraucht, mein Zug, aber jetzt nicht mehr So Gut Soweit passt das Das heißt Die Schiene fährt dann So circa So hier raus Du weg natürlich Fährt dann um die Kurve hier Und hier nach unten Und schon sind wir zu Hause Also welcome to home Na, jetzt haben wir eine ganze Schiene Von unseren Bienen bis nach Hause gelegt Genauso würde ich das haben Hier müssen wir dann noch schauen, ob der Zug hier wohl raufkommt Im Normalfall schon, ne Und hier unten auf dieser Länge hier wird sozusagen dann unser Bahnhof Und wenn wir in die schöne Glaswand oder so rein Da kommt der schöne Bahnhof hin Wo wir dann natürlich die ganzen Items ausladen und weiterverarbeiten werden Oder so mal gucken, was wir hier genau machen Weiß ich selbst noch nicht Auf alle Fälle werde ich hier noch ein bisschen schöner machen Das wir da alles schön zumachen Hier, weil hier sind wir irgendwo raus Da oben Irgendwo da Ist ja ein Loch Und wir sehen uns im nächsten Video dann Also viel Spaß Und ciao Leute Bis dann Bis dann